Die königliche Familie hat einen sehr süßen Beitrag über den neuesten Ausflug von Prinz William und Prinzessin Catherine in Hereford geteilt und scheint dabei den Geburtstagsjungen Prinz Harry an seinem großen Tag zu ignorieren. Der Prinz und die Prinzessin von Wales besuchten am Donnerstag die Forest School der Medley Primary School und trafen eine örtliche Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit. Die Fotos des Paares während des Besuchs wurden jedoch erst am Freitag, dem 15. September, auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der königlichen Familie geteilt, als Harry, der an diesem Tag 39 Jahre alt wurde, seinen Geburtstag mit seiner Frau Meghan Markle in Deutschland feierte. Die Fotos von Carter und William, die das Paar mit Schulkindern zeigen, wurden mit dem Text In Hereford haben der Prinz und die Prinzessin von Wales die Forest School der Medley Primary School besucht und eine örtliche Wohltätigkeitsorganisation getroffen, bei der es sich um Farming Mainz handelt, beide Partner des Herzogtums Kohn wohl beschriftet. Die Sussexes haben gestern einen großen Tag gefeiert, da Prinz Harry 39 Jahre alt wurde. Der Herzog feierte den großen Tag mit seiner Frau Meghan Markle in Westdeutschland, was in diesem Jahr ein fröhlicheres Ereignis sein soll. Königliche Fans haben sich gefragt, ob die Firma den besonderen Tag sowohl 2020 als auch 2021 markieren wird. Die königliche Familie markierte Harrys Geburtstag auf der offiziellen Ex-Seite der königlichen Familie, früher als Twitter bekannt. Nicht nur das Chant-Firmenkonto schickte ihm Wünsche, sondern er erhielt auch persönliche Grüße online von damals Prinz Charles und Camilla sowie Prinz William und Kate. In diesem Jahr gibt es jedoch auch keinen Wunsch, die Wilse haben es vermieden, dies aufgrund ungelöster Spannungen zwischen ihnen und den Sussexes zu tun. Jenny Bond, die ehemalige königliche Korrespondentin der BBC, sagte dem Fabulous-Magazin der Sun, dass Prinz William nicht die Absicht habe, ihren Streit beizulegen und beabsichtige Harry aus seinem Gedächtnis zu streichen. Die königliche Expertin behauptet, dass Prinz William so tief durch die Behauptungen seines Bruders verletzt ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass er ihm öffentlich oder privat zum Geburtstag gratuliert. Nicht nur, dass Prinz William seinem jüngeren Bruder an seinem besonderen Tag keine guten Wünsche übermittelte, auch sein eigener Vater, König Charles, versäumte es, seinem Sohn öffentlich zum Geburtstag zu gratulieren. König Charles wurde an Harrys Geburtstag dabei gesehen, wie er eine Wohltätigkeitsorganisation gegen Armut in Böscher besuchte. Er machte keine Bemerkungen, um den Tag anzuerkennen, obwohl er in der Vergangenheit immer Tribut an den Herzog von Sussex gezollt hatte. In diesem Jahr hat niemand aus der königlichen Familie Geburtstagswünsche für ihn geteilt. Früher wurde Harrys Geburtstag im Chor zur Kieler angekündigt, mit geläuteten Glocken und Kanonenschüssen. Das ist nicht mehr der Fall. In den Geburtstagen der Times steht Prinz Harry hinter einem Model, einem Comedian, der Königin von Spanien und einem Star aus Mrs. Browns Boys, unter 15 anderen. Er hat es jedoch auf Piers morgens Schwiegervater geschafft, was möglicherweise etwas Trost bietet. Auch kein Beruf wird aufgeführt, genauso wie bei einem Fußballspiel in Miami. Kein Philanthrop, kein Gründer der Invictus Games, keine Archivelle oder Beta-Up, nichts. Meghan und Harry sind derzeit in Düsseldorf, Deutschland, um an den diesjährigen Invictus Games teilzunehmen. Gestern genoss Harry Radfahren, Bogenschießen, Tischtennis und Sitzvolleyball, wobei die Spiele um 7.30 Uhr Ortszeit begannen. Das globale Sportereignis ist zweifellos sehr besonders für den Herzog, da er es 2014 ins Leben gerufen hat und letztes Jahr die Dokumentation Hard of Invictus mit Netflix produzierte, die ehemalige Militärangehörige begleitete, die an den Spielen teilnahmen. Subtitelung Subtitelung Vielen Dank.